Mein Psychiater will, dass ich seit sechs Monaten Antidepressiva nehme. Ich bin hochsensibel und vertrage das nicht, er versteht das nicht, immer wieder suche ich das Gespräch. Doch er meint, ohne Medis wird mein Zustand nicht besser. Zunächst sieht man den größeren Konflikt in dieser Gesamtsituation, was das psychiatrische und neurologische Versorgungsnetz angeht. Dass eben der Einsatz von Antidepressiva da immer eine wichtige Rolle spielt. Und das auch bei vielen Menschen immer noch sehr stark einfach und präsent abgespeichert ist. Ohne Medikamente kommst du da sowieso nicht weiter. Wenn du die Leute mal fragst, was genau machen denn die Medikamente? Ja, die sorgen dafür, dass du weniger deine Probleme hast. Aber da wird dann vielleicht nicht direkt gesagt, dass du mit starken Aufdosierungssymptomen rechnen musst. Egal welche psychopharmakologischen Präparate du nimmst. Und wenn man da nachher vielleicht ein bisschen näher mal nachhakt, das ist jetzt echt ein ganz interessanter Part. Und man sagt, ja okay, sie wollen mir jetzt hier Acetylopram verschreiben. Das ist ein SSAI, also ein Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Warum genau sollte der mir bei meinen Symptomen helfen? Und da kann der Psychiater sich mit dir hinsetzen und sagt, du pass mal auf, du hast in deinem Gehirn einen Serotonin-Stoffwechsel. Und wir sorgen mit dem Medikament dafür, dass du mehr Serotonin im synaptischen Spalt hast. Okay, das verstehe ich. Und warum geht es mir deshalb besser? Naja, weil es dir schlecht geht, weil du zu wenig Serotonin hast. Aber woher wissen Sie, dass ich zu wenig Serotonin im Kopf habe? Ja, weil du die Depressionssymptome hast. Aber können Sie wirklich sicher sein, dass es an einem Mangel an Serotonin im synaptischen Spalt liegt? Ja, davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Ja, also dann geraten wir schon in den Bereich von Raten. Und das Problem ist, man weiß erstens nicht, ob eine Depression durch einen Mangel an Serotonin im synaptischen Spalt bedingt ist oder ob eine Depression einen Mangel an Serotonin im synaptischen Spalt verursacht. Also wenn wir ein Medikament draufschmeißen und behandeln damit nicht die Ursache und noch nicht mal die Symptomatik, dann haben wir ein Problem. Und trotzdem wird natürlich krass an der Medikation festgehalten. Und was man halt im Hintergrund auch nochmal sagen muss, wir haben mit dem Einsatz zum psychopharmakologischen Präparaten häufig ja diese Serotoninkiste oder Nordrinalinkiste auch am Start. Und das war jetzt erstmal eine These von zwei St. Petersburger Forschern aus den 1960er Jahren, die gesagt haben, eine Depression baut auf einem Missverhältnis von Neurotransmittern im synaptischen Spalt auf, ist unsere These. Und alle so, boah, mega, das wäre ja geil, wenn nur das Missverhältnis für all diese Störungen da draußen verantwortlich ist. Man hat es letztlich nie bewiesen, ob die komplette psychopharmakologieindustrie darauf aufgebaut. Und ob dir jetzt ein Antidepressiven weiterhilft oder nicht, bleibt letztlich ein bisschen Versuchskaninchen, ein bisschen viel Versuchskaninchen, dass du es nur herausfindest, wenn du es machst. Und ich glaube, wir alle hier im Stream, in den Videos können aber verstehen, dass du diesen Weg mit Skepsis betrachtest. Und da kann ich dir jetzt vielleicht noch eine Empfehlung mitgeben, liebe, lieber Phoebe, weil der Punkt ist ja der, wenn wir uns jetzt anschauen, wen nimmst du denn da gerade als Ansprechpartner? Und du schreibst ja auch schon, ich suche immer wieder das Gespräch, doch er meint, ohne Medikamente wird sich mein Zustand nicht bessern. Dann liegt da auch schon so ein bisschen, ich sag mal, der Denkfehler. Der Psychiater hat eigentlich keine andere Aufgabe, als dich als Patientin oder Patienten zu befunden und das für deine Situation passende Medikament rauszusuchen. Der Psychiater hat nicht die Aufgabe, dir irgendwas anderes mitzugeben als ein Medikament. Das heißt, wenn du kein Medikament willst, dann brauchst du auch nicht immer weiter zum Psychiater zu rennen. Beim Neurologen ist es nachher das Gleiche. Der typische Patient, der vom Psychiater wirklich gut profitieren kann, ist der Patient mit einer akuten Psychose, einer Schizophrenie oder auch einer bipolaren Störung. Ein Patient, der nur an einer Angststörung leidet, nur an einer Depression leidet, nur an Panikattacken leidet, gerne auch in einer Mischform, ist eigentlich beim Psychiater gar nicht so gut aufgehoben, weil natürlich dann immer der Einsatz von Medikamenten kommt, wovon die meisten Menschen aber mehr oder weniger schlechter als recht profitieren. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir eine sehr große Pharmaindustrie dahinter stehen, die natürlich auch an diesen Punkten sehr erfolgreich über Lobbyismus ihre Interessen vertritt. Und ob dir ein Antidepressivum oder ein sonstiges psychopharmakologisches Präparat hilft, findet man letztlich in der Regel nur heraus, indem man den Versuch auch mal startet. Und wenn man den Versuch auch mal startet, dann kann man den Versuch auch mal startet.